Na, kleine Mäcki-Maus? Guten Morgen! So, wollen wir mal aufstehen? Na, komm mal her! Hallo! Na, mein Süß, hast du gut geschlafen? Meine kleine Schatzin-Maus? Steig mal! Okay! Was hältst du denn davon? Wenn wir heute mal wieder probieren, ein bisschen feste Nahrung zu essen. Ich hätte da einen Vorschlag. Oh, was haben wir denn da? Mal riechen! Ja, probier mal! Riech noch mal? Mh, selber probieren? Ups! Emi und Tippi sind da ganz wild drauf. Gut, dann helfe ich noch mal ein bisschen. Warte! Okay, komm, wir versuchen den mal. Vielleicht kann man den ja schon wieder schlucken. So, was hältst du? Ja, komm, der Zipfel muss noch rein. Das ist jetzt erst mal die falsche Richtung. Schluck mal runter. Mh, der ist so lecker. Ja, ich helfe noch mal ein bisschen. Zutschel, zutschel. Nee, du müsstest ihn anders lang essen. Mh, 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 mh. Komm her. Nochmal probieren. Ups! Ich glaube, du hast den schon ausgezutschelt. Dann nehmen wir mal gleich den zweiten. Ups! So. Ups! 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 Jawoll! Den hast du runtergeschluckt. Sehr gut. Okay. Nehmen wir mal gleich noch einen, ne? Die schmecken doch viel besser bestimmt als der komische Wollepampenbrei. Mh? So, du wieder selber. Ne? Gut. Dann mit Hilfe. Komm her. Zack. So. Auf der einen Seite rein, auf der anderen wieder raus. Nochmal. Ups! Ups! Einziehen, einziehen. Na los, komm mit dir. Hast du? Ne, hast du noch nicht. Nochmal. Ups! Oh, schaffst du. Komm. Jetzt runter suchen. Ja, ist er drin? Ja, jetzt ist er drin. Ja, deine Haare hier oben, deine Fehlern sehen hier aus. Manu, Manu, Manu. Aber da kannst du ja nichts dafür, ne? Der ist ein bisschen groß. Dann nehmen wir aber noch einen hier. Den hier. So, Achtung. Aller guten Dinge sind drei. Und runter geschluckt. Ja, toll gemacht. Super. Prima. Gut. Dann kommt jetzt die Medizin. Medizin auch drin, ne? Und dann kommt jetzt, warte, da fehlt noch was. Ups, die, Ups, die. Ups, die, Ups, die, Ups, die, Ups, die, Ups. Jetzt nicht so viel. Du hast ja schon drei tolle Wobis drin. Okay, gut. So, zeig her. Na, da muss ich gucken, was angekommen ist hier. Jawohl. Kleines Kropfi ist voll. So, mein Schatz. Ich finde, heute sollte man auf den Plan stehen, ein bisschen zuzunehmen. Wollen wir das mal auf den Plan schreiben heute? So ein Wiesenthal-Tag ist doch ein toller Tag zum Zunehmen. Piepnase. Okay. Mein süßer, kleiner, braver Patient. Was möchtest du denn jetzt? Noch ein bisschen in meiner Hand bleiben, oder möchtest du schon wieder in dein Zimmerchen? Nein. Wir wissen es gerade noch nicht so genau. Zeig mal, was macht dein Auge hier? Ja, da kriegst du gleich noch eine Salbe ran, ne? Jawohl. Super. Gut. Ich würde dann jetzt gerne mal einen Schluck Kaffee trinken. Piep. Ich würde dann gerne mal einen Schluck Kaffee trinken.